So, neuer Part und der Genuss in 7D. Jetzt. Der schlimmste Familienurlaub, okay. Füllen wir doch mal alles auf, bevor uns noch so ein Dino-Vieh entgegenkommt. Was haben wir hier? Ach, wird einfach gekauft. Wird schon nicht schlecht sein. Was? Ach, jetzt muss ich mir aussuchen, welche Waffen ich mitnehme. Also, wenn ich mal die mitnehme, mal gucken, was das ist. Nein, es wird nur auf Gegner geschossen, prinzipiell. Oh Mann, ich wünschte, es hätte sowas schon gegeben, als ich noch klein war. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern diesen Wunsch nicht geteilt hätten. Okay. Sieh los, uns würde einer fehlen. Okay. Aber die sind doch aus Pappe, oder nicht? Also. Zumindest nicht echt. Naja, hoffe ich mal. Puppe greife nicht, welchen Zweck das hier erfüllt. Ach, komm schon. Willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust, hier mit einem dieser Mekathons rumzuwägen? Ha. Nicht gut. Okay. Kein Problem. Die Gebäude sind anscheinend elektrisch. Au, au, au. Boom. Na. Boom. Boom. Okay, das Gebäude ist nicht elektrisch. Was ist das für ein Club? Aha, Gentleman's Club. Jetzt will ich das Waffe aber mal ausprobieren. Joa. Also die hat's in sich, würde ich jetzt so behaupten. Oh, verdammt nachladen. Boah, ich kann schon gar nicht mehr mitlesen, so viel erscheint hier. Was? Was? Boah, das geht nicht ab, das ist ja. Ach so. Bekämpfen wir doch mal Rakete mit Rakete. Haha, cool. Der Kollege hat ihn umgehauen. Jetzt aber. Was soll das denn? Zeig dich. Ich krieg dich schon mal. Ach so, den hast du schon erwischt. Warum das? Oh ja. Okay. Viel Spaß. Mir ist was. Dann mach mal offen. Was zur Hölle. Ach ja. Klar. Überhaupt nicht übertrieben. Joa, ich renne dann mal. Das ist der schlimmste Familienurlaub aller Zeiten. Wie überhaupt nicht übertrieben das ist, dass da so ein Roboterviech ist und der Laserstrahlen in den Augen hat. Nein. Sieht sicher aus. Was hat der mit der Stadt gemacht? Godzilla wütet. Boah. Godzilla wütet, ehrlich. Und natürlich behalten wir die Schrotflinte. Super cool. Nein, da kommt da gerade eine Idee. Hier, wo ich das so sehe. Ah, wie geil ist das denn? Okay. So, den Flug wünsche ich. Was macht der Dicke da jetzt? Solange seine Hand dann auch irgendwie... Oh, auch gut. Aber ich glaube, das Runterfallen gibt nur mehr Punkte. So, sonst noch jemand da. Flugtickets sind echt günstig. Oh, runterspringen. Ich mag runterspringen. Achso, runters bisschen. Oh. Oh. Scheiße, mach auf da. Oh, fuck. Fuck, was ist das? Mach doch auf. Hier geht's raus. Ah. Puh. Auf 12 Uhr. Kann ich jetzt denn nur sagen, Glück gehabt? Er kommt jetzt hier nicht durch die Wand, oder? Lasst mich in Ruhe da oben. Boah. Lebt der noch? So. Boah, der kommt gleich durch die Wand. 100 Pro. Oh, der wird hier so Tor bestimmt. Ich wette. Ich hab's gewusst. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ich hoffe, du hast dich amüsiert. Nee, oder? Haha. Sieh nur. Papa hat eine waschrechte Robotersteuerung gefunden. Wie geil ist das denn? Okay, mit unserem neuen Freund geht's dann weiter im nächsten Part. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. kk